In unserem Adventskalender-Gewinnspiel dreht sich heute alles um Florian David Fitz. Für den Film Oscars Gleit stand er ja nicht nur vor der Kamera, haben wir eben gehört, sondern übernahm außerdem eine weitere wichtige Aufgabe. Welche war das? Das wollen wir von Ihnen wissen. Und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie ein Brisant-Überraschungspaket auf brisant.de bei uns im Netz. Und mit Gewinnertypen geht es jetzt weiter bei uns. Eddie Murphy darf sich freuen. Aussichten. Für Hollywood-Komiker Eddie Murphy stehen sie gut. Er soll bei der Vergabe der Golden Globes den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhalten. Er hatte seine Karriere mit 19 bei der Comedy-Show Saturday Night Live begonnen. Seine Arbeit habe über Jahrzehnte großen Einfluss auf Film und Fernsehen ausgeübt, sagte der Verband der Auslandspresse. Und so musikalisch sagen wir Tschüss bis morgen, 17.15 Uhr. Also ich würde mich sehr freuen. Ciao.